Ganz ehrlich, ich fühle mich wie am Strand von Palma de Mallorca. Oh, ist das Film hier traumhaft. Jetzt heißt es einladen, und zwar Palmen in den Renault Master. Auf geht's. So, Herr Müller, schauen wir mal rein, oder? Auf jeden Fall. So, machen wir auf hier. Deine Palmen kommen in diesen Wagen. Was denkst du? Boah, auf jeden Fall. Die passen da alle rein. Da kannst du den ganzen Urwald drin verstecken. Dann würde ich sagen, legen wir los. So, auf geht's. Los, komm, nicht langschlacken. Los geht's hier. Palme Nummer 1. Mike, wir haben noch ein bisschen zu tun. Stress, ey. So, fertig. Und noch genügend Platz. Ist halt der Master. Schießt, also fest. So, ich würde sagen, auf geht's zum Ausladen. Ich glaube, ich stehe im Wald, oder? Ist unglaublich. Auf geht's. Hallo. Das ist witzig, oder? Das sieht aus wie so ein Palmenwald hier. Unglaublich. Das alles passt rein in diesen Renault Master. Jetzt aber leider ausladen. So. Und? Fertig. Ha. Klacks. BW Radio.